Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Rangnick bleibt österreichischer Teamchef. Absage an FC Bayern. Ralf Rangnick lehnt FC Bayern ab. Die Zukunft liegt in Österreich. Die Gerüchteküche hat wieder einmal brodelnden Stoff für alle Fußballfans. Ralf Rangnick, aktuell Trainer der österreichischen Mannschaft Red Bull Salzburg, hat Angebote des FC Bayern München abgelehnt und bekräftigt seine Loyalität gegenüber seinem gegenwärtigen Verein. Trotz der Lockrufe aus der Bundesliga hat Rangnick beschlossen, in der Alpenrepublik zu bleiben. Der 62-jährige Trainer hat mit seiner innovativen Spielweise und konsequenten Mannschaftsführung in den letzten Jahren den österreichischen Fußball geprägt. Unter Rangnicks Führung hat Red Bull Salzburg in den letzten drei Jahren zwei Meisterschaften geholt und ist immer wieder in der Champions League vertreten. In einem kürzlich abgehaltenen Pressegespräch äußerte sich Rangnick zu den Gerüchten um einen Wechsel zum FC Bayern München. Es ist eine Ehre, mit einem solchen Verein in Verbindung gebracht zu werden. Aber meine Arbeit hier in Salzburg ist noch nicht erledigt. Wir haben eine junge und hungrige Mannschaft und ich freue mich darauf, weiter an unserer Erfolgsstory zu schreiben. Rangnick begann seine Karriere als Trainer in Deutschland und hatte unter anderem die Mannschaften des VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 und Red Bull Leipzig betreut. In letzter Zeit wurde viel über einen möglichen Wechsel von Rangnick in die Bundesliga diskutiert. Der FC Bayern München hatte nach dem Weggang von Hansi Flick einen neuen starken Mann gesucht. Viele Namen wurden ins Spiel gebracht, aber Rangnick galt als heißer Kandidat für die Position. Die Entscheidung des Trainers, in Österreich zu bleiben, ist ein deutliches Zeichen in Richtung der Bundesliga. Rangnick hat gezeigt, dass er bereit ist, bei einer Mannschaft zu bleiben, die er liebt und mit der er bereits Erfolg hat, anstatt zu einem anderen Verein zu wechseln, nur weil er größer oder prestigeträchtiger sein könnte. Es bleibt zwar ungewiss, wie lange der Trainer noch in Salzburg bleibt, aber für die nächste Saison scheint er seinen Platz gefunden zu haben. Quellen Dieser Artikel fasst Berichte und Interviews aus mehreren Quellen zusammen, einschließlich offiziellen Pressemitteilungen von Red Bull Salzburg, Interviews mit Ralf Rangnick und verschiedenen Berichten in deutschen und österreichischen Medien, einschließlich Kicker, Bild, ORF und Kronenzeitung. Anita Farke, Donnerstag, 2. Mai 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Jochen Lich Rangnick. d ahora ist es einfach in der Nähe der In qua din H0.